47 Kommunen schließen sich für den Bau eines Glasfasernetzes in den Landkreisen Regensburg und Neumarkt in der Oberpfalz zusammen. Das Land Bayern und der Bund fördern das Projekt mit zusammen fast 200 Millionen Euro. 50.000 Haushalte und Unternehmen werden von dem Ausbau profitieren. Die Telekom wird das Netz nach dem Ausbau betreiben. Das Netz selbst bleibt im Besitz der Labanab Infrastrukturgesellschaft, die das Netz im Auftrag der 47 Kommunen baut. Die entsprechenden Verträge wurden heute in Passberg unterzeichnet. Es ist das größte Betreibermodell der Telekom in Deutschland. Passberg ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht nur einen Weg vor Vollausbau und Glasfasern gibt. Deswegen sind wir auch offen vor allen Formen und Kooperationen. Die Telekom hat sich gegen einen starken Bewerberkreis in einem komplexen Vergabeverfahren durchgesetzt. Das Angebot hat uns preislich und inhaltlich voll überzeugt. So sind wir uns sicher, dass die Telekom der richtige Partner an unserer Seite ist. Das Netz wurde in drei Cluster unterteilt. Für alle drei Cluster erhielt die Telekom den Zuschlag. Dass wir alle drei Cluster gewinnen konnten, das freut uns sehr. Aber wir machen noch mehr für die Region. Und zwar sind außerhalb des Glasfasernetzes, das hier entsteht, weitere ca. 45.000 Haushalte ohne direkten Glasfaseranschluss. Da werden wir uns mit einem Eigenausbau engagieren. Übrigens, die Telekom stellt sicher, dass das Netz auch für andere Inhalteanbieter offen steht und die Kundinnen und Kunden eine freie Wahl haben.